Hallo, herzlich willkommen beim Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute mache ich Kerzen selber. Dafür habe ich hier einen langen Docht und eine Bienenwachsplatte. Die kann man einfach so kaufen. Man kann die zum Beispiel auch im Internet bestellen oder eben in Bastelgeschäften kaufen. Da kann man ganz schön Kerzen raus machen. Ich werde heute in diesem Video drei verschiedene Kerzen machen. Als Hilfsmittel habe ich noch ein Holzstäbchen, ein Stückchen Pappe und eine Schere. Für die erste Kerze schneide ich mir erstmal einen Streifen von meiner Wachsplatte ab. Man kann sich ganz gut hier an den Waben orientieren und einfach hier entlang schneiden. Dann wird das relativ gerade. Also einfach schauen, dass man immer entlang der Waben schneidet. Jetzt lege ich den Docht hier in meine Kerze rein, also auf meine Wachsplatte drauf. Das ist jetzt das Innere von der Kerze. Also hier beginne ich dann zu rollen. Und der Wachs lässt sich ganz gut formen. Ich kann den jetzt einfach hier so umknicken. Und ich rolle das Ganze jetzt vorsichtig ein. Alles um den Wachs rum. Äh, um den Docht rum. Unten schneide ich jetzt noch den Docht ab. Und schon ist meine erste Honigkerze fertig. Für die zweite Kerze, die ist auch ganz einfach und wird auch ganz ähnlich gemacht, schneide ich einfach jetzt hier schräg entlang dieser Waben. Also da sieht man ja, da sind so diagonale Waben. Und ich schneide jetzt einfach hier einmal so schräg entlang. Ich habe dann also so ein Dreieck, aber hier unten ist noch ein Viereck sozusagen dran. Also das Dreieck beginnt nicht direkt unten an der Ecke, sondern ein bisschen weiter oben. Hier lege ich jetzt wieder an die längere Seite meinen Docht. Und ich beginne das Ganze wieder einzurollen. Das ist wirklich ganz einfach und das kann man super gut auch mit Kindern machen. Und auch mit Jüngeren. Das macht viel Spaß und eigentlich jeder bekommt da ein schönes Ergebnis hin. Das ist nämlich meine zweite Kerze. Eine geschwungene Kerze. Je nachdem, wie viel Wachs man dann benutzt, wie groß die Wachsplatte ist, kann man das natürlich auch noch etwas anders machen, dass es etwas dicker ist und nicht so steil sich runterdreht. Aber ich finde, so sieht die auch schon echt schön aus. Ich schneide mal hier wieder das Ende ab. Und jetzt habe ich schon zwei Kerzen fertig. Für meine dritte Kerze schneide ich mir aus der Pappe eine Vorlage aus. Zum Beispiel ein Herzchen oder einen Kreis kann man ausschneiden, ein Dreieck. Je nachdem, was man möchte. Wenn meine Vorlage fertig ist, lege ich die auf die Wachsplatte. Und mit meinem Holzstäbchen kann ich da jetzt so ein bisschen so Markierungen machen. Also einfach um die Pappe rummalen. Kann man auch ein bisschen so reinstechen, sodass man es auf jeden Fall dann hinterher sieht. So, man erkennt jetzt ungefähr, wo das Herzchen abgezeichnet wurde. Das schneide ich jetzt mit meiner Schere aus. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, direkt das Herzchen drauflegen und mit der Schere rumschneiden, wenn man sich keine Markierung machen möchte. So, das erste Herzchen habe ich. Und davon mache ich jetzt jede Menge. Noch einfacher geht es natürlich, wenn man ein Plätzchen-Ausstechförmchen hat. Damit kann man die natürlich auch ausstechen. Das geht eigentlich ganz gut. Also wenn man das draufdrückt, zumindest kann man dann die Form schon mal so ein bisschen vorgeben. So, nach einer Weile habe ich jetzt zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Herzchen ausgeschnitten. Und damit mache ich jetzt meine Kerze. Die Reste, die übrig geblieben sind, die braucht man nicht wegwerfen, sondern das zeige ich euch in einem meiner nächsten Videos, was man damit noch machen kann. Für die Kerze Nummer drei setze ich jetzt einfach die Kerzen alle aufeinander, drücke die ein bisschen zusammen. Und damit mache ich jetzt die Kerzen alle aufeinander, So, und wenn ich alle zusammengesetzt habe, kann ich das Ganze noch ein bisschen in Herzform formen, also ein bisschen die Ecken noch andrücken. Jetzt brauche ich mein Holzstäbchen und damit mache ich jetzt hier in die Mitte ein Loch rein. Das geht eigentlich ganz gut mit so einem Holzstäbchen. Damit steche ich einmal durch, bis ich hier unten wieder ankomme. Jetzt brauche ich meinen Docht. Den versuche ich jetzt mit dem Holzstäbchen auch hier durchzudrücken. Einfach ein bisschen trockeln. Und der kommt dann auch unten wieder raus. So, und dann ist auch diese kleine Kerze fertig. Ja, das sind meine drei Kerzen, alle mit einer einfachen Platte gemacht. Die Platte hatte eine Größe von 30 cm x 13,5 cm und daraus habe ich drei schöne Kerzen gezaubert. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das ja nachmachen. Es macht wirklich viel Spaß und man hat noch viele Möglichkeiten, andere Kerzen daraus zu formen. Ich werde euch ganz bestimmt auch nochmal was hier zeigen auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Kerzen findet, welche euch am besten gefällt. Und schaut auch meine anderen Videos. Abonniert meinen Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.